Ich bin Henrietta, Isabella, Petronella, Kim. Lieber Dad, ich habe es in einem Stück bis in die Alpen geschafft. Das Leben als Chalet-Girl hat seine Höhen und Tiefen. Ein Chalet-Girl, das nicht Skifahren kann, das ist unfassbar. Aber es ist immer noch besser als mein Leben in England. Unser Angebot des Tages. Zwiebelringe zum halben Preis. Bitte nicht ringeln. Bei meinem Chef habe ich einen guten Eindruck gemacht. Die Einheimischen scheinen ganz freundlich zu sein. Das ist doch heiß. Ups, trotz langer Schichten. Das ist deine Schuld. Habe ich gern gemacht. Glaube ich langsam. Johnny. Es könnte mir hier gefallen. Und siehe da aus ihr, wo dein Schwann. Ach, dann war ich vorher das hässliche Entlein? Klar habe ich Glück, dass... Aber ich bin gefangen in dieser schrecklichen Luxuswelt, obwohl ich so gern ein Popstar wäre. Rockstar. Schlaf nie mit dem Haushahn. Außer er ist attraktiv. Die Saison geht zu Ende. Er kehrt wieder in seine Welt zurück und du in deine. Sie ist ein Zimmermädchen. Ich finde, du hast was Besseres verdient. Kim! Diesen März präsentieren euch Felicity Jones, Ed Westwick, Tamsin Eggerton, Ken Dookan, Bill Bailey, Brooke Shields und Bill May. Eine Komödie der Extraklasse. Ja, das sagen sie immer. Ich fand's schon ganz lustig. Du bist ein Naturtalent. Eine Geschichte über ein Mädchen. Hast du nicht gesagt, sie wäre noch nie in den Bergen gewesen? War sie auch nicht. Das sich seinen Ängsten stellt. Ja! Und dabei alle verzaubert. Ich stelle die Fotos auf Facebook. Stopp's mich an. Ich bin ein Naturtalent. Ich bin ein Naturtalent. Ich bin ein Naturtalent. Ich bin ein Naturtalent. Ich bin ein Naturtalent.